So Leute, jetzt geht's hier um Midgard auf rollenspielkaufen.de. Dieses Buch findet ihr dann auch auf meiner Seite. Einfach den Kauflink auf meiner Seite rollenspielkaufen.de anklicken und ich bekomme einen kleinen Obolus dafür und ihr bekommt das Buch zum Normalpreis über Amazon. Jo, hier geht's um Midgard, den ersten Teil, wie gewünscht von euch, der Codex der fünften Edition. Und wir machen einfach mal auf. Das Buch kommt sehr geil, also das wirkt alles sehr geil, sehr geile Details und so weiter. Sieht wunderbar auch aus, auch für Leute, die gerne sowas sammeln. Ja, einmal der Codex von Jürgen E. Franke, wie bereits erwartet. Schauen wir mal ganz kurz über das Inhaltsverzeichnis. Erstmal geht es los mit dem Buch des Ursprungs. Start ins Abenteuer, Ablauf des Abenteuers mit Schwert und Magie, Kämpfer und so weiter. Geburt eines Abenteuers quasi das Erstellen eines gesamten Abenteuers. Dann gibt's die Grundregeln, die Erfolgswürfe, Prüfwürfe, Fertigkeiten und so weiter. Zeit, Bewegung, Krankheiten, Gifte, Kampfregeln. Also quasi das komplette Grundgerüst ist hier drin. Dann nochmal Grundregeln unterteilt in die Kampfregeln. Achso, genau, die Kapitel werden benannt in Buch des Ursprungs, Buch der Gesetze. Das Buch der Gesetze ist unterteilt in Grundregeln und in die Kampfregeln. In denen geht's dann speziell um Nahkampf, Fernkampf, Handgemenge, verschiedene Kampfstile, kritische Kampferweise, äh, kritische Kampferreignisse, improvisierte Waffen und so weiter. Dann kommen wir zum Buch der Begabung, Angeborene Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente. Und dann, äh, ach ja, hier Wurfwaffen, Nahwaffen nochmal dann und so weiter. Und als Schluss dann Buch des Ruhmens. Hier geht es darum, was passiert nach dem Abenteuer, äh, was kostet das Lernen, was kostet das Steigern, Spruchlisten, äh, Abenteurergrade, Steigerung, Ausdauer von Ausdauer und so weiter und so weiter. Und dann kommt, das ist jetzt nicht der Buch, sondern das ist der Anhang. Alles, was man sonst noch für Midgard braucht, das findet ihr auf Seite 170 bis 210, das heißt über 30 Seiten, nochmal Zusatzinformationen über die Welt, über die Eigenarten, über die Wesen, die dort leben, über kleine, ein kleines Bestinarium ist drin, äh, Nichtspielerfiguren, wie funktionieren die, Waffen, Kosten, Rüstungen, Ausrüstungen und so weiter. Das findet ihr alles im, ähm, Anhang. Ja, und hier geht es dann los, äh, Danksagungen und wir beginnen mit dem Buch des Ursprungs. Die Zeichnungen sind tipptopp, richtig geiler 80s, äh, Rollenspiel-Look, so wie man es aus der Anfangszeit der Rollenspiele kennt, das war bei DSA auch so und ist auch teilweise heute noch so. Die Seiten sind alle farbig, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber hier oben alles wunderbar gedruckt. Ich will mal die Kamera bewegen, um euch das mal zu zeigen. Ich will mal zoomen. Ja, wie geil das denn, also wie detailliert das auch gedruckt ist und so weiter, die ganzen Intarsien, also Einlagen und so was. Ja, wunderbar gemacht. Die Seitenstruktur ist auch sehr, sehr übersichtlich, hat mir gut gefallen. Ich habe meinen ersten Charakter wirklich anhand dieses Regelwerks gebaut, bei Midgard jetzt. Wirklich auch geile Zeichnungen. Ähm, wichtige Informationen oder Zusatzinformationen findet ihr im Extra nochmal in so Kästchen gerahmt. Hier sind nochmal die Halblinge und Zwerge gezeigt und so weiter. Richtig geile Zeichnungen, aber auch nicht zu viele. Es ist nicht zu vollgeklatscht mit Zeichnungen. Hier geht es hauptsächlich wirklich um die Regeln und dementsprechend, ähm, dementsprechend ist es halt auch anders ein bisschen aufgebaut. Ach ja, es gibt zwei, was ich sehr gut finde, zwei Seiten, äh, Seitenmarkierungen. Gibt es zum Beispiel beim Star Wars Grundregelwerk nicht mal eine. Finde ich totale Scheiße. So, hier ist nochmal ein Beispiel, immer, immer so, äh, herausgestellt nochmal. Ein Beispiel, ein Beispiel Abenteurer, der, Abenteurer, der gebaut ist. Wichtige Formeln, wie gehabt, hier in den Kästen. Ja, Kästen. Äh, hier geht es zum Beispiel Erschaffung einer Figur Teil 2, Angriffsbonus, Schadensboni. Das hier und so weiter. Hier geht es dann weiter. Was kommt nach und nach? Man kann wirklich das Buch von vorne bis hinten, also sagen wir mal, die Charakter schon, äh, durch die Kästen, wenn man das weiß, durchgehen und kann dort, äh, den Charakter bauen, ohne dann nochmal zu lesen und im Detail kann man dann nochmal nachlesen. Religionen, Midgrads werden hier kurz beschrieben, äh, Länder und Regionen werden sehr kurz nochmal angeschnitten, äh, Eigenschaften für ein Knome, äh, Halblinge und so weiter, von der Größe her, von der Form her, äh, Zwerge, wie groß die sind und so weiter. Was haben die für Boni, was haben die für Mali, Rechtshänder, Linkshänder, Abwehr, Resistenzen, kennen wir alles. Das hier Ding, das ist so ein Buch, so ein Bild, das könnte man, äh, das könnte auch irgendwie von irgendeinem 80er Jahre, äh, Conan-artigen Film irgendwie das Cover sein oder von irgendeiner Band oder so. Äh, die aus dieser Zeit solche Sachen gemacht hat, in dieser Zeit solche Sachen gemacht hat, so in den 80ern, 70er, 80er. Ja, hier sind jetzt die Lerneinheiten, äh, das ist neu in dem, äh, fünften Regelwerk, dass, äh, man nicht mehr, äh, Fertigkeitspunkte hat, sag ich jetzt mal, sondern Lerneinheiten, das funktioniert alles ein bisschen anders, wie man die Lerneinheiten verteilt, wie man sie ausgibt und ich finde es auch sauvverständlich, ich finde es echt gut gemacht. Hier geht es dann nochmal um Zaubersprüche, unter anderem geht es hier auch um Waffen, die man bei der Charaktereinstellung sich zum Beispiel von Anfang an besorgen kann. Kostet dann halt gewisses Gold, steht auch alles mit dabei, was es kostet und was die für Werte haben und so weiter. Ungelernte Fähigkeiten werden nochmal aufgeschlüsselt, das sind die Fähigkeiten, die man automatisch als Mensch hat, als Zwerg oder irgendwas, ja. Ja, dann Zusammenfassung, Erschaffen einer Spielfigur, das hier ist für mich immer sehr, sehr wichtig gewesen, Seite 47, falls ihr es schnell nochmal nachgucken wollt. Wunderbar, nochmal alles zusammengefasst, von unten nach oben, es ist nicht alles, aber es ist das Wichtigste, was man braucht. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Charaktererstellung passiert und kommen jetzt zum Buch der Gesetze. Im Buch der Gesetze geht es ja dann nochmal in die Regeln rein, ja. Erfolgswürfel, was sind Würfel, welche Würfel werden benutzt, das ist am Anfang schon, aber hier geht es dann nochmal in die Vertiefung rein. Hier sind nochmal Beispiele. Aidan mit den Werten Klettern plus 12 und Abwehr plus 11 soll einen Auftraggeber belastenden Brief zurückholen. Und dann kommt im Verlauf der Erzählung, die sehr blumig ist, wie er diesen Würfelwurf dann macht, wie er diese Probe dann darstellt. Widerstandswürfe, Prüfwürfe, hier ist alles beschrieben, alles wunderbar, sehr, sehr, sehr aufgeräumtes Buch, muss ich sagen. Sehr gut strukturiert, aufgeräumt, strukturiert, Bilder an den richtigen Stellen, nochmal um das alles ein bisschen aufzulockern. Alles wunderbar mit den Kästen immer. Man sieht auf den ersten Blick, okay, hier ist ein Beispiel, hier sind die Informationen. Wunderbar aufgeschlüsselt, auch immer durchgehalten, die ganzen Abkürzungen und so weiter werden immer wieder, immer wieder mit LP und so weiter und PW und B und was weiß ich. Wenn alle immer wieder abgefragt, immer wieder gegeben, am Ende weiß man die Abkürzungen alle auswendig und muss überhaupt nicht mehr groß überlegen. So, hier sind wir schon bei den Kampfregeln gelandet. Kampf ist ja auch ein elementarer Faktor. Rüstungsschutz haben wir hier nochmal aufgelistet und Kettenrüstung und so weiter. Hier, das ist auch wichtig, vor allem wenn es um Streitfragen geht, Streitfragen geht, Positionen im Kampf gegen Menschen, über Ecken, gegen Tiere, mit großen Waffen. Hier sieht man hier links in der Ecke, was alles betroffen wird von dem Schlag mit einer großen Waffe. Ich spiele zum Beispiel einen Barbaren, der eine große, große Waffe hat und dieser Barbar, der muss dann aufpassen, wenn er schwingt. Und ich habe das letzte Mal schon fast einen Kameraden damit niedergeschlagen, mit einem Ogerhammer habe ich da. Das wird hier nochmal erklärt, man kann es aber auch nicht beachten, man kann vereinfachen, man kann sich das alles so machen, wie man es gerne möchte. Falls man viele, viele Sachen, die hier stehen, sind einfach von der Logik her zu sehen und dementsprechend braucht man viele Sachen auch gar nicht nachschlagen. Bei mir ist es vollkommen logisch, wenn neben mir einer steht und ich habe zwei Hände in der Hand, muss ich aufpassen. Und wenn es gibt eine Chance, dass es schief geht und die Chance, die es hier gibt, dass es schief geht, wird hier super beschrieben und kurz erklärt. Und dann wissen wir sofort, wie man dieses Problem lösen kann. Handgemenge, kritische Kampfereignisse und so weiter. Hier, das ist die berühmt-berüchtigte Patzer-Tabelle, beim Angriffen, bei der Abwehr. Und 0 bis 1, keine Auswirkungen, dann würfelt man einen Würfel, die Verteidigungswaffe ist zerstört, der Verteidiger prallt zurück und es passiert irgendwas. Kritischer Schaden, was bricht, was reißt, was geht kaputt oder passiert gar nichts. Verschiedenes, improvisierte Nahkampfwaffen, also alles super gehalten. Also ich bin echt begeistert von diesem Buch, wie es aufgebaut ist, wie es klar strukturiert ist. Bei der vierten Edition, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich echt verloren gefühlt teilweise und habe meinen Charakter dann abgegeben. Und es hat einfach so viel noch gefehlt, weil es nicht intuitiv war und gar nichts. Dieses Buch ist komplett intuitiv. Und ich habe hiermit einen Charakter erstellt und es haben nur ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Oder beziehungsweise hatte ich irgendwie falsch gemacht. Aber hier ist viel, viel, viel einfacher, einen Charakter zu erstellen. Ja, hier sind jetzt nochmal alle Fähigkeiten und so weiter im Detail. Fälschen, Etikette, Fallenstellen, Gassenwissen, Geschäftssinn. Auch schon interessant, um zu wissen, wie das Spiel mit solchen Themen umgeht. Wie dieses Spiel die Themen bietet, also die Eigenschaften auch darstellt. Was mit dieser Eigenschaft im Detail gemeint ist. Weil es gibt immer Fragen, wo man nicht hundertprozentig weiß, kann man das mit Naturkunde oder brauchen wir dafür Pflanzenkunde. Da kann man dann auch hier nochmal genau nachgucken. Das war jetzt vielleicht ein bisschen hinkendes Beispiel, aber das ist das, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Es gab zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen zum Beispiel. Das gibt es bei DSA. Ein bisschen kompliziert einfach, wird hier halt ganz anders geredet und ihr findet das alles hier. Wie funktioniert das Stehlen? Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Das sind Sachen, die man alle hier hinten noch finden kann. Hier sind die Waffen. Hier geht es los. Waffenfertigkeiten und dann auch die Waffen noch dazu. Nochmal, Waffen, wie handhabt man einen Kriegsflegel, wie handhabt man Stichwaffen, Schlagwaffen und so weiter. Braucht man eine gewisse Stärke oder nicht, steht auch immer hier dahinter. Zum Beispiel für einen Wurfpfeil brauche ich auf jeden Fall Geschicklichkeit 31. Sonst bin ich so ungeschickt, dass ich das nicht tun kann. So, und jetzt sind wir schon durch. Jetzt kommen wir zum Buch des Ruhmes. Wie viel Geld sollte ein Spieler verdienen? Was sollte etwas kosten? Was sollte etwas bringen? Wie viele Erfahrungspunkte bekomme ich für was? Was kostet mich das aufleveln? Das kann man hier alles erlesen. Hier geht es dann nur um die Steigerung. Kampf, Unterwelt, Waffen, Soziales. Achso, genau. Das sind dann die verschiedenen Fähigkeiten auch noch. Kampf und Fähigkeiten, Fertigkeiten. Spruchlernliste. Aber da müssten die ja auch alle im Detail nochmal da sein. Ich glaube, die Sprüche sind hier nicht alle drin im Detail. Sieht man nur, welche Stufe die haben. Das findet man dann im Arcanum. Das findet ihr auch hier auf dem Kanal. Und auf meiner Seite rollenspielkaufen.de findet ihr genaues dazu. Anhang. Ja, Anhang. Ich bin immer ein Fan von Anhängen. Ich mag das ganz gerne. Weil hier viel Fluff kommt. Sprachen mit Gats. Ja. Die verschiedenen Bereiche. Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da? Was gibt es für Ansätze, für Abenteuer und so weiter? Die Heimat der nichtmenschlichen Völker. Nochmal zu den nichtmenschlichen Völkern. Ich habe mir da nochmal einen Halbling gebaut. Ne, ein Gnom war sogar. Und das war auch ganz interessant. Hier haben wir noch ein paar Wesen dabei. Da ist wirklich vom Adler bis zum Echsenmensch. Ist hier alles dabei. Ein Kobold, Hai. Und für alle, die sagen, da ist aber nicht das Vieh drin und so weiter. Das brauche ich ja unbedingt. Ihr findet zum Beispiel, meinetwegen, ich sage mal so, euch fehlt ein Zentaurer. Ich will einen Zentauren einbauen. Aus dem Grund XY. So. Dann würde ich mich einfach hier hinsetzen. Nehme mir dieses Buch zur Hand. Nehme mir meinetwegen hier, ich suche mir die Werte von einem Minotaur und ich suche mir die Werte von einem, hier ist zufällig der Minotaur und ich suche mir dann den Wert von einem Pferd und dann kombiniere ich diese Werte einfach so, wie es mir passt. Die Kampfwerte vom Minotaurus vielleicht, ein bisschen schwächer und die Reitwerte und Geschwindigkeit und Last und so weiter, das nehme ich alles vom Pferd. Und dann habe ich doch das, was ich will. Ja, es muss ja nicht hundertprozentig sein. Wenn es ein bisschen zu schwach ist oder zu stark ist, dann muss man das halt während dem Spiel ein wenig zurechtbiegen. So. Ja. Hier geht es dann nochmal so ein bisschen um Chemie und sowas sehe ich jetzt gerade. Versilbern, Fesselwaffen, Kettenwaffen und so weiter. Schleudern, Parierwaffen, Schilde. Also hier geht es dann jetzt nochmal, was das wiegt, wie viel das kostet, damit man ja auch mal weiß, wie man was einschätzen kann und vor allem, ob ich jetzt für einen Auftrag 150.000 Goldstücke geben muss oder nur 5. Hier ist nochmal eine Übersichtskarte. Klein, aber fein. Alles, was man braucht. Und natürlich der Index. Quasi das Google dieses Buches, auf welcher Seite ich irgendetwas finde. und ganz, ganz zum Schluss findet ihr nochmal hier unten die Information, dass ihr dieses Buch, wenn ihr das kauft, was nicht sehr teuer ist, ich glaube 30 Euro kostet das Buch, was nicht zu viel ist, für so ein Geiles, es ist wirklich gut gemacht, findet ihr halt noch die PDF-Version und hier hinter diesem Blatt ist ein Aufkleber mit meinem Key, wie ich dieses Buch als PDF mir runterladen kann. So, ich mache hier wieder die Fäden rein. Also, Midgarder-Kodex, ihr habt jetzt einen Überblick gehabt, was euch erwartet. Als Fazit kann ich nur sagen, dieses Buch ist sehr gut für Einsteiger geeignet. Es ist sehr strukturiert, es ist sehr ordentlich, es ist geordnet und man hat genau das, was man braucht zur richtigen Zeit. Es ist verständlich. Ich bin kein Mathe-Genie und habe es trotzdem verstanden, wie alles so zusammenhängt. die Formeln sind gewohnt tief, um Charaktere zu erstellen, wie es bei Midgard auch gewöhnt ist. Aber es wird euch alles erklären. Ich kann zu dem Buch sagen, es ist auf jeden Fall wunderbar zu kaufen. Kaufempfehlung, auf jeden Fall von mir. 210 Seiten hat das Buch. Sieht einfach echt geil aus. Da können sich die Leute von Ulysses echt warm anziehen. Und dieses Buch, es hat so viele krasse Details, es ist wirklich schön gemacht und sieht wirklich gut aus für den Spieltisch und auch für zu Hause im Regal. Also, Kaufempfehlung, liked mich, lasst mir ein Abo da, wenn euch das gefällt. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt und was ihr sehen wollt, einfach unten in die Comments. Ich gucke da mindestens zwei, dreimal die Woche nach, was es Neues gibt und mache dazu dann gegebenenfalls ein Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.